Dieser Ford Fiesta steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem wendigen silbernen Dreitürer Platz. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Startstopp-Automatik, Dreisprecheinrichtung, Bluetooth, Einparkhilfe und vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 101 PS. Er wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 4,3 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 15.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. . Bis zum nächsten Mal.